Was ist das? Die Rückkehr. Gemeinsam bestreiten sie den Weg. Dorthin, wo die Gletscherluft die Seele befreit. Dorthin, wo die Ehrfurcht zu Hause ist und die Berge den Horizont nur erahnen lassen. Eine von ihnen wird die Auserwählte sein. Mutig und stark genug, ihre Königin zu sein. Einen Sommer lang. Steil und steinig mag der Weg sein. Der Weg hinauf in das Königreich. Der Walliser Alpen. Die Rückkehr der Königinnen. Die Rückkehr der Königreich. Die Rückkehr der Königreich. Die Rückkehr. Untertitelung des ZDF, 2020